Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen schönen guten Morgen, hier ist der Achimund. Das ist der Geek Talk Daily für Mittwoch, den 25. April. Heute dabei Apple-Updates, Instagram, nochmal Instagram, Spotify und Amazon. Beginnen tun wir mit den Update-Infos zu Apple-Geräten. Und zwar als erstes fürs iPad oder iPhone gibt es nun ein Update, und zwar das iOS 11.3.1. Da ist jetzt nicht großartig viel passiert, aber es enthält einen Fix für Anzeigeprobleme, die auf iPhones waren, deren Display repariert wurde, ist, aber nicht von Apple, sondern von Dritten. Und da gab es entsprechende Probleme und die sind nun behoben. Dazu noch ein paar andere Kleinigkeiten, aber wie üblich, ich oder wir empfehlen natürlich immer ein regelmäßiges Update der Geräte. Und das gilt auch für euren Mac. Wenn ihr einen Mac habt, dann steht jetzt auch das Sicherheitsupdate 2018.001 zur Verfügung. Und das wäre dann macOS 10.13.4. Wie gesagt, Sicherheitsupdates. Gibt es diverse Details, die kann man sich in den Release Notes durchlesen, aber schon entsprechend aus Sicherheitsgründen würde ich es natürlich auch wieder empfehlen. Jetzt mal wieder zu einem richtigen Content, und zwar zu Instagram. Die haben jetzt nun eine neue Funktion in ihrer Android-Version. Dort kann man nun mehrere Bilder und Videos in die Story posten. Also nicht nacheinander, sondern wenn man in die Story reinposten möchte, dann wählt man diverse Elemente aus. Wie gesagt, Bilder und Videos sind dann möglich. Die werden auch angezeigt und man kann sie nachträglich dann nochmal antippen und entsprechend mit Stickern, mit Texten und mit sonst was versehen und danach dann wirklich hochladen. Zusätzlich gibt es noch eine neue Information zum Location-Sticker. Der sucht sich nämlich den Ort jetzt nicht anhand des Standortes aus, wenn ihr gerade etwas posten möchtet, sondern aus den Metadaten der Aufnahme, die ihr eventuell hochladet. Auch das ist ganz praktisch und ich hoffe, dass ihr Spaß habt mit dieser Funktion. Eine andere Funktion von Instagram, die war auch schon angekündigt und ist nun auch endlich verfügbar. Denn es gibt ein Export-Tool für die ganzen Bilder und Videos, die man so gepostet hat. Ähnlich wie der Facebook-Datenexport kann man auf einer Webseite nun angeben, man möchte alles runtergeladen bekommen, anfragen, E-Mail-Adresse angeben und dann dauert es ein bis zwei Tage und man bekommt eine Mail und kann sich sein Content runterladen. Schöne Sache. Ich mache das schon allein aus Archivierungsgründen regelmäßig und vielleicht auch was für euch. Eventuell auch was für euch ist die neue Info von Spotify zu ihrem freien Modus. Spotify gibt es ja auch durchaus umsonst. Da kann man sich Lieder anhören, allerdings nur im Shuffle-Modus. Und nun wird angekündigt in New York, dass man sich auch jedes Lied so oft wie möglich nacheinander anhören kann, a la carte so gesehen, wenn man möchte, wenn dieses Lied in den 50 personalisierten Playlisten erscheint, die man in der freien Version dann bekommt. Ja, da muss man dann Glück haben, würde ich mal sagen, wenn das Lied dabei ist, was man gerne direkt a la carte mehrmals nacheinander hören möchte. Zusätzlich gibt es auch noch einen Low-Data-Mode, denn bisher konnte man ja keine Lieder in der freien Version in Spotify runterladen, war also immer auf Daten oder auf Wi-Fi angewiesen. Und jetzt gibt es so eine Art Buffer, der bis zu 75% der Daten spart, indem man halt vorab schon mal Content der Lieder runterlädt. Und ihr könnt es euch dann nachher in Anführungsstrichen im reduzierten Stream anhören, wenn ihr unterwegs seid. Tja, schöne Sache, aber man kann es nicht vergleichen, glaube ich, wenn man bezahlt, dann hat man weitaus mehr Möglichkeiten mit Spotify. Es macht einfach mehr Spaß. Und letztes Thema für heute, Amazon. Die liefern in Amerika jetzt nicht nur vor die Haustür oder auch ins Haus, sondern sogar ins Auto, beziehungsweise im Regelfall in den Kofferraum des Autos. Es gibt in Amazon, das wollte ich schon sagen, in Amerika Amazon Key für Prime-Mitglieder. Und das bedeutet, man kann, wenn man ein entsprechendes Smart Lock an seiner Wohnung hat, sich das Paket auch in die Wohnung reinlegen lassen von dem Lieferanten. Und nun gibt es über diesen Amazon Key auch die Möglichkeit, entsprechend das Auto beziehungsweise den Kofferraum öffnen zu lassen. Über die App des Lieferanten und dann legt er da das Paket rein. Klingt erstmal ganz interessant, wie ich finde. Ist natürlich wieder nicht für jedes Auto möglich, denn logischerweise, im Regelfall könnt ihr euer Auto, ja, den Kofferraum auch nicht einfach so öffnen mit einer App, beziehungsweise natürlich dann auch kein Lieferant. Und Amazon braucht dafür natürlich Partner und derzeit arbeiten sie mit General Motors zusammen und auch mit Volvo. Die gehören auch, glaube ich, zu General Motors. Und natürlich auch nur neuere Modelle, also 2015 und neuer sind davon betroffen, in Anführungsstrichen, oder können also nutzen betroffen, klingt schon wieder so negativ. Ja, schauen wir mal, wie sich das entwickelt und ob da noch mehr Hersteller mitmachen. Also, in den Kofferraum kann ich mir vorstellen, ist für viele weitaus attraktiver, als ja wirklich die Haustür aufzumachen und jemanden reinzulassen, um was abzulegen. Tja, also wie gesagt, wir halten auch da wieder ein Auge drauf und gucken, ob sich da noch mehr tut und ob das auch mal nach Europa kommt. Und das war's auch schon. Mittwoch, Mitte der Woche. Ich wünsche euch einen guten Arbeit- oder Schultag und Bergfest. Morgen hören wir uns dann hoffentlich wieder. Bis dann. Ciao, ciao. Hört mehr Geek Talk.